Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Q4C Beauty. Ich bin die Simone von Small & Style und ich werde für euch heute zwei Looks schminken, ein Tages- und ein Abendlook und wenn ihr wisst, wie es geht, dann bitte bleibt dran. Viel Spaß beim Nachschminken natürlich und ich werde mich auch freuen über eure Kommentarkritik und ja, jetzt legen wir mal los. Als erstes tragen wir eine Lidschattenbase auf, aufs ganze Lid und auch ein bisschen unter die Augen. Jetzt nehmen wir den hellen Lidschattenton mit einem flachen Lidschattenpinsel und verteilen ihn auf das innere Auge bis zur Hälfte. Auf die innere Augenwinkel kommt auch noch ein bisschen Lidschatten, das öffnet die Augen. Nun ist der bronze Lidschatten dran, diesen bringe ich am äußeren Augenwinkel auf und verwische die Ränder mit einem fluffigen Pinsel. Und auch ein bisschen unter die Augen. Machen wir weiter mit dem Eyeliner. Ich habe mich für ein dunkelbraun Flüssig-Eyeliner entschieden. Man kann auch ein Gel-Eyeliner oder einfach ein Lidschatten in einen anderen Braunton verwenden. Jetzt ist die Wimpernzange dran. Es sieht ein bisschen schmerzhaft aus, ist es aber nicht. Für mich ist es absolut notwendig, da meine Wimpern in alle Richtungen stehen und die Wimpernzange die Wimpern schön nach oben biegt. Ich verwende einen wasserfesten Mascara mit einer Gummibürste. Nachdem ich meine unteren Wimpern getuscht habe, trage ich ein Creme Rouge auf und verwende es ebenfalls für meine Lippen. Dafür nehme ich einen Stippling Brush und trage ganz wenig Produkt auf, da dieses Rouge sehr stark pigmentiert ist. Ich empfehle euch auch erstmal eine Lippenpflege aufzutragen, weil diese Creme Rouge ein wenig trocken ist. Man kann diese Creme Rouge mit den Finger auftupfen. Als allerletztes trage ich noch ein wenig Puder auf mein Gesicht, wo ich es brauche. Fertig ist der Look. Gefällt es euch? Ich finde diesen Look toll und trage ganz oft solche Farbe, da die sehr gut geeignet sind für blaue Augen. Der zweite Look ist ein Abendlook. Hier trage ich falsche Wimpern auf und zwar einzelne Wimpern. Hier braucht man ganz viel Geduld und ein bisschen Übung, aber mit diesen Wimpern bekommt man ein sehr natürliches Ergebnis. In der Mitte des Auges trage ich zwei kleinere Größen auf und am äußeren Auge nochmal drei mittlere Größen. Es sieht jetzt ein bisschen lustig aus, weil der Kleber noch weiß ist, aber wenn es trocknet, wird es unsichtbar. Während der Kleber trocknet, fülle ich meine Augenbrauen auf mit einem Lidschatten und einem abgeschrägten Pinsel. Den hellen Lidschatten benutze ich jetzt als Highlighter. Dann trage ich einen schwarzen Kajal auf meine untere Wasserlinie auf. Mit einem fluffigen Pinsel und einem Bronzer warme ich meine Lidfalte auf und den Bereich unter den Augen natürlich auch. Der Kleber ist leider nicht wirklich durchsichtig geworden, also trage ich ein wenig Eyeliner drüber, um ihn zu kaschieren. Jetzt trage ich schwarzen Lidschatten am äußeren Augenwinkel in eine V-Form auf und verwische das Ganze mit einem Blendingpinsel. Auch ein bisschen unter die Augen. Hier trage ich ein wenig Bronzer auf, um mein ganzes Gesicht aufzuwärmen und ein bisschen Bräune zu zaubern. Concealer ist sehr wichtig, da der Augenpartie nochmal auffrischt und kleine Fehler ausbessert. Jetzt noch ein bisschen Mascara, um die echten und falschen Wimpern zu vereinen. Ich tusche sie ganz leicht, man kann sie natürlich auf Stärke tuschen. Ist halt Geschmackssachen. Am Ende trage ich noch ein bisschen von dieser Bronzelidschatten in der Mitte des Lids auf. Sowie ein dezenter Lipgloss, eure Wahl. Da die Augen schon ganz stark betont sind, sollte man den Fokus auf die Augen behalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.